Hallo zusammen! Paul Servald und Barbara Benivio kannten sich kaum, als Barbara mit Fünflingen schwanger wurde. Das frisch verliebte Paar bereitete alles für die große Geburt vor, doch einer von beiden wusste bereits, dass sie das Krankenhaus nicht mit fünf Kindern verlassen würden. Groß war die Freude des Paares, als Barbara ihrem Freund von ihrer Schwangerschaft berichtete. Der großgewachsene Mann trug seine Freundin fortan auf Händen und freute sich auf seine kleine Familie. Das Paar renovierte das Kinderzimmer und schaffte von Windeln bis Wickeltisch alles Notwendige an, um den Familienzuwachs gebührend willkommen zu heißen. Paul kaufte sogar einen kleinen Kuschelbären für seine Tochter, den er auf den Fotos, die das Paar auf Facebook gestellt hatte, in die Kamera hält. Auch aus ihrer Gemeinde bekamen die werden Eltern viel Unterstützung. Barbara und Paul wurden förmlich unter Geschenken begraben, die sie auf die Geburt vorbereiten sollten. Schließlich kannten sich die beiden zu diesem Zeitpunkt gerade einmal wenige Monate und nun standen sie kurz davor, eine kleine Familie zu gründen. Aus dieser kleinen Familie sollte jedoch bald mehr werden. Zuerst war es nur ein Baby, doch schnell meinte Barbara eindeutig mehr als einen Herzschlag zu spüren. Sie ging zu ihrem Hausarzt, der sie erneut abhörte und überraschend feststellte, in Barbaras Bauch wachsen Fünflinge heran. Zwar änderte Barbara ihre Geschichte immer wieder, doch Paul kam es zu diesem Zeitpunkt noch nicht seltsam vor. Er dachte, die Hormone würden mit seiner Freundin durchgehen und machte sich keine weiteren Gedanken um die Umstimmigkeiten, die in Barbaras Schildungen auftraten. Nur bei einem schien sie sich sicher zu sein, sie würden Fünflinge bekommen. So zumindest die Geschichte, die Barbara im Jahr 2014 ihrem Freund erzählte. Doch Paul sollte bald die schreckliche Wahrheit erfahren. Fast zehn Monate gab es sie vor, schwanger zu sein. Was Paul nicht wusste, dieselbe Situation hatte sich bereits zwischen Barbara und ihrem Exfreund zugetragen. Während damals andere Umstände die Situation aufklärten, musste Paul bis zum Geburtstermin warten, um die Wahrheit zu erfahren. Barbara war nie schwanger. Sie redete sich eine Schwangerschaft ein und das so überzeugend, dass sogar die körperlichen Symptome einer Schwangerschaft auftraten. Das belegen auch die Krankenhausakten. Die Dokumente des Krankenhauses erklären schwarz auf weiß, dass Barbara niemals schwanger war. Stattdessen leidet die junge Frau an einer eingebildeten Schwangerschaft. Dabei treten körperliche Symptome wie ein wachsender Bauchumfang und Milchbildung in den Brüsten auf. Nur der Embryo fehlte. Dass sie von ihrer Scheinschwangerschaft wusste, belegen die Arztbesucher. Barbara hatte ihre Schwangerschaft niemals diagnostizieren lassen und wurde erstmals bei ihrem vorgeblichen Geburtstermin von einem Gynäkologen untersucht. Für den 35-jährigen Paul war diese Nachricht ein echter Schock. Bis eben hatte er noch geglaubt, er würde Vater von Fünflingen werden. Doch nun wurde ihm bewusst, dass er einer notorischen Lügnerin auf den Leim gegangen war. Paul trennte sich sofort von Barbara. Heute, mehr als vier Jahre nach dem Ereignis, kann Paul mit einem Lächeln auf die bizarre Geschichte zurückblicken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. To Bis zum nächsten Mal.